Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder Hypixel, aber diesmal spielen wir Dropper. Genau, wir haben hier den Dropper, genau, das Dropper einfach für Droppen hier ein bisschen runter, Leute. Lasst dir mal aber vorab gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich riesig unterstützen und auch freuen. Und jetzt geht's los. So, instant unsichtbar machen, Chatclean, das ist noch hier so, das ist noch ein Ultra-Easy-Level. Äh, spiel ich mit, ah ja, ich spiel mit Shader. Egal, ich glaub Shader ist an, oder? So, das ist auch noch ein Easy-Level hier, BAM, ist hier in, zweite Welt, dritte Welt Flugzeug, auch noch Easy-Level, Soul-City. Okay, also jetzt kommt Shader, das ist auch ein relativ, oh nein, oh nein, oh ja, gut, das war jetzt dumm. Ja, so, ach komm schon, das ist jetzt dumm. So, jetzt aber, der erste bin ich nicht, viel fällt, einfach nur wegen, Gears ist Kacke, Gears ist meine Kack-Map. In Gears bin ich immer richtig scheiße. Bitte, nein! Ach Gott. Ach, ja, gut. Mal gehen, sehen. Schade. Ach, bitte. Hier gab's irgendwie, was von meinem, wo mein Kumpel... Bitte, wann bekomm ich einen Skip? Ich will einen Skip bekommen für diese Map. Da bekommt man für die letzte Map keinen Skip. Ach, komm schon. Oh, nein, ich spritte komischerweise auch nicht. Ich werde jetzt mal wieder dumm zurück... Nein! Aber jetzt habe ich einen Weg gefunden. Ach, komm schon, ja, GG. Nochmal, ne Runde. Komm, ich will mal... Nein, ich hab nichts. Oh. Höh. Hallo, das ist unfair. Ich hab Schaden bekommen. In der Mitte durch. Hier, easy. In die Toilette. Ein. Hier, bam. Zack. Jetzt hier. Hier. Oh, nein. Das war das dümmste. Der dümmste Fehler ever. Hier, easy hin. War hier wieder der Beste? Ich hab einen Fail und das war dumm. Upside... Ja, jetzt Western. Ach, Gott. Ja, perfekt. Ich glaub, das hinter mir war da auch eins. Egal. Bam. Das war wieder der... Als ob ich jetzt so gut bin. Das war jetzt schon wieder... Nicht gut. Bitte. Ja, das schaffe ich auch. Hier war das auch das Beste. Ja, ich war wieder der Beste. Jetzt Atlantis. Da drin bin ich Profi. Naja, sieht man jetzt nicht, aber... Von hier... Jetzt hier hin. Ach, Gott. Bitte, Leute. Ihr müsst genug liken. Ihr müsst ganz viel liken, damit ich Atlantis schaffe. First try. Bitte. Ja, ihr habt genug geliked, Leute. Und ich bin... Erster im Dropper. Geil. Bin ich... War ich Erster? War ich Erster? Ja. Nee. Hä? Ich glaub, ich war Erster. Ja. Ja, wir... Let's go. Noch eine Runde. So. Nächste Runde. Balance. Nicht City. Ja, doch. Giannometri. Und nicht Gears, bitte. Atlantis. Machen wir Atlantis. Atlantis bin ich, glaub ich, am geübtesten. Wenn man's so sagt, wird sich noch sehen. Ihr seht natürlich, wie gewohnt, oben rechts meine Tasten, die ich drücke. Und so. Das ist ultra easy. Einfach hier, zack. Wie ich verkacke jetzt. Das wäre anders bitterwürdig. Hö. Hallo. Wo muss man hier lang? Ach Gott, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich bin so dumm. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. So. Das war jetzt wieder dumm. Bitte. Ach Gott. Dann. Hier ganz einfach. Ach, das ist doch so easy. Das war das Ding. Und zack. Hier auch rein. So. Zack. Und jetzt hier hin. Normalerweise überlege ich nicht, bevor ich springe. Und da ist gar kein Portal. Perfekt. So. Und jetzt sind wir noch Atlantis, geil. Und first try Atlantis bin ich mittlerweile geübt. Leute, damit gehen wir jetzt auch ins Ziel rein. So. Nächste Runde. Perfekt. Leute. Wir wählen. So. Was sollen wir wählen? Mushroom. Mushroom. Oder Space. Ich nehm Space. Und. Röto. Ich nehm Röto. Und Atlantis. Atlantis. So. Die ersten Maps sind so saueasy, ich hab selbst bei den ersten Maps mal verkackt oft. Obwohl die halt so easy sind. Ist das so dumm? Hallo! Wenn ich jetzt noch erster werde, dann... Ich hätte gelacht, ganz ehrlich. Boah, das war knapp. Egal. So. City jetzt wieder ist auch ganz easy. Oh nein, ich bin so dumm, ich hab den Chat aufgemacht. Oh nein, bitte nicht. Ach komm, Leute, wenn ich hier bei dieser Map, bei meiner Alptraum-Map, irgendwie entdeckt, irgendwas von... Ich hab einen Weg, wenn es hier einen besseren Weg gibt, als den, den ich immer mache, wo ich zwar hundertmal verkackere. Das gefällt der einzige Weg, den ich hab. Ja. Uh, jetzt, jetzt bin ich gut. Und let's, wir gehen rein. Boop. 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 So. Boop. 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 einer auf der obersten Plattform. Der ganz schlechte ist, bin ich nicht. Da unten ist noch einer. Ich laufe jetzt hier am Rand langsam lang. Oh, danke. Nein. Ach, das ist so dumm. Warum hab ich denn so unterweil... Nein, die haben das schon... Ich werde so safe verlieren. Also, wenn ich hier gewinne... Oh mein goodness. Ich werde so safe verlieren. Und jetzt gehe ich halt hier auf Risiko und laufe hier hinten noch lang. Was mache ich hier überhaupt? Ach Gott. Ja, komm. Damit habe ich mich schon mal gerettet. Perfekt. So, die nächste Runde beginnt jetzt. So. Nein. Nein. Ah, hier hinten geht's auch lang. Das wusste ich halt nicht mal. Danke, danke. Yes, yes. Nein. Hilfe. Oh mein... Was? Hier schon Volt. Nein, nein. Oh mein Gott. Danke. Danke. Alter, was ist das hier für eine geile Map? Die ist ja voll cool. Ja, der ist eins zu eins runtergesprungen. Sind über mir und mir noch Leute. Ich glaube nicht. Ich hoffe zumindest nicht. Ich hoffe jetzt hier ein bisschen kreisrum. Okay, bei uns waren noch Leute. Das ist noch nicht die unterste Plattform und das ist auch gut so. Ich laufe jetzt ganz langsam, Schritt für Schritt lang. Nein. Ach komm schon, wann bin ich nicht auf der Plattform geblieben? Zehn Spieler übrig. Oder... Ach bitte. Komm. Das ist wirklich dumm. Oh Gott. Ich dachte, ich fall hier instant drüber. Das war natürlich doof. So. Perfekt. Gibt's hier Kids? Ach Gott. Leute, das war so dumm. Okay, ne? Noch ein anderes TNT-Game, Leute. Hm. Welches gibt's denn noch? Boss, Blief, PvP, Run. Ich nehm mal... PvP-Run könnten wir auch mal spielen, aber da sind so viele Leute drin. Ich spiel einfach mal Boss, Blief. Hier unten ist die Map, macht auf jeden Fall ultra viel Bock. Schock. Ob. Zur explosion-fähigkeit wechseln? Was steht hier? Zur Schockwellenfähigkeit wechseln. So, Schockwelle. Keine Ahnung, was Schockwelle sein soll, aber... Ähm... So, 16 von 24 erst. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Leute. Hier geht jetzt los. Ich geh jetzt hier hinten hin. Glaub ich. Sagen wir mal, welche gehen jetzt wieder nach unten? Ach nein, ich bin so dumm. Ach Gott, bitte. Doppelsprung. Pfeil. Salve. Funge. Nein. Ach Gott, bitte. Noch eine Runde. Ähm... So. So. Nehmen wir mal, ihr seid hier. So. Leute. Ich würde sagen erst mal, das war's mit dieser kleinen Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mich riesig unterstützen und auch freuen, damit wir auch noch in so kürzester Zeit die 40 Abonnenten schaffen. Dann die 50, dann die 60 und so weiter. Genau. Lasst mir mit ihnen gerne ein Like und ein Abo da. Und dann guckt auch gerne noch irgendwo anders an irgendeiner anderen Folge von mir vorbei. Und dann würde ich sagen, tschaui Leute. Tschüss.